so ist die frage ist schon jemand da ich sitze hier und sitze hier und bring schon mal ein schlückchen diesmal einen etwas dunkleren wein es ist ein süßwein ein zehn jahre lang gereifter madeira der hat bernstein töne und schmeckt super wir sind noch nicht ganz auf halb acht deswegen hier noch ein kleines bisschen vorgeblänkelt wer fragen hat bitte in den chat und da gibt es auch im anschluss noch ein paar informationen von mir wie es denn weitergeht also herzlich willkommen ihr da draußen ich grüße euch ganz herzlich schön dass ihr dabei seid hier live auf facebook zu meinem dritten video zu meiner dritten session zum thema süßwein wir haben bisher die verschiedenen typen kennen gelernt wir haben dann uns mit zuschauer fragen beschäftigt wieso können süßweine so super gut altern wieso sind sie teuer zu welchen speisen passen sie sehr gut eine frage wieso vor allen dingen zu den scharfen curry gerichten und heute geht es um süßwein handling also um alle fragen die wenn man sie gut beantwortet dazu beitragen dass der süßwein genuss auf den punkt gelingt ich will mich beschäftigen mit fragen des einkaufs was muss ich beim einkaufen von süßwein beachten ich will mich beschäftigen mit fragen der lagerung und dem servieren dem einschenken von süßwein was gibt es da rund um die gläserwahl die temperatur et cetera zu beachten also ich will beginnen mit dem einkaufen weil viele fragen wo kriege ich süßweine überhaupt her muss man differenziert sehen die fruchtsüßen das sind süßweine die natürlich hier in deutschland sozusagen einen alleinstellungsmerkmal haben gibt es außerhalb des landes überhaupt nicht deswegen bietet sich natürlich hier ein man geht zum zum winzer ich lebe hier im taunus und bin quasi umzingelt von weinbaugebieten der rheingau liegt vor der tür und einige andere prädestiniert sind die kühleren anbaugebiete und hier allen voran die mosel mit ihren nebenflüssen saar und ruwer aber auch der mittelrhein das anbaugebiet nahe und selbstverständlich auch der rheingau das sind die kühleren gebiete in denen exakt diese weine besonders gut gelingen also zumindest erfahren winzer besuche sind ein erlebnis und sie tragen dazu bei dass der genuss war noch immer er vollzogen wird angereichert wird durch die erlebnisse dieses besuches man hat den winzer kennengelernt seine familie womöglich man hat mit ihm gesprochen war in den weinbergen hat vielleicht einen blick in den keller werfen dürfen und all das trägt natürlich dazu bei dass der genuss jedes schlückchen weins später emotional angereichert wird angereichert wird um die erlebnisse vor ort die dann sozusagen wieder erlebt werden und mit jedem schluck ein stück weit einverleibt werden also ich empfehle winzer besuche süßweine gibt es natürlich auch im fachhandel da muss man sich ein bisschen um gucken ich kenne eine reihe von sehr sehr guten lieferanten die gut bestückt sind und natürlich gibt es diese fruchtsüßen weine auch im supermarkt rewe zum beispiel aber auch edeka da wird man fündig eben weil es eine deutsche domäne ist und insofern gibt es diese weine dort auch ich würde immer gucken nach der rebsorte riesling und aus den anbaugebieten die ich genannt habe denn riesling ist die rebsorte wo die süße sich perfekt paart mit der säure mit der rebsorten eigenen relativ hohen säure der rieslingen pflanze und insofern passt das ganz besonders gut auf dem etikett solltet ihr gucken dass ihr nicht die angabe trocken oder halbtrocken findet in deutschland ist es ist es usus dass trocken und halbtrocken als geschmacksangabe auf den etiketten erscheint aber die angabe süß oder lieblich erscheint nicht wer das nicht weiß ist vielleicht möglicherweise hier irritiert also wenn ihr fruchtsüße rieslinge zum beispiel von der mosel einkaufen wollt bei rewe oder edeka dann schaut bitte aufs etikett und meidet die trockenen und halbtrocken denn bei denen ist die rest süße eben sehr viel geringer beziehungsweise gar nicht vorhanden die edelsüßen das sind weine die in den supermärkten selten aufgebaut werden denn sie sind erstens ein bisschen teurer und zweitens sind sie relativ selten so dass viele winzer sie selbst vermarkten oder oder ein paar flaschen an den qualifizierten fachhandel abgeben insofern schaut dort nach entweder ihr habt ein fachhändler in der nähe oder er schaut euch mal im internet um da gibt es eine reihe von händlern gerne auf nachfrage kann ich die ein oder andere empfehlung auch auch aussprechen also ich persönlich würde würde auch hier den den winzer an allererster stelle als bezugsquelle nennen die schokosüßen ja die gibt es hier zu lande überhaupt nicht das sind weine aus portugal aus frankreich hier bietet sich wirklich der qualifizierte fachhandel als quelle an die supermärkte sind hin und wieder auch mit dem ein oder anderen exemplar bestockt aber ich empfehle den 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 fachhandel auch hier da hier die auswahl bei diesen typen größer ist also wir reden hier von portwein wir reden von den französischen vin du naturell wein dem mori dem bagnolz dem riversalt all das sind weine die ganz selten in den supermärkten auftauchen hin und wieder aber doch die strohsüßen also die rechottos aus italien und die eisweine aus kanada oder aus deutschland auch das sind eher weine die im fachhandel erhältlich sind oder im falle des eisweins wieder beim winzer neben dem riesling schaut bei den edelsüßen und bei den fruchtsüßen auch auf rebsorten wie silvana ribana scheurebe der ein oder andere spätburgunder wird sogar in diesem segment angeboten und noch eine ganz spannende rebsorte nämlich gewürztraminer gewürztraminer ist eine barocke traube mit einer ungeheuren fülle gelegentlich hat man das gefühl das aroma ist überbordend es total vereinnahmend aber trotzdem zu den richtigen gelegenheiten sind das wunderbare weine und diese werden mitunter auch als beeren auslesen oder trockenbeeren auslesen angeboten also das ist ein geheimtipp wenn gleich nicht ganz preiswert soweit zu den bezugsquellen und zum einkaufen guckt auf die preise ihr wisst ich habe es eben in der letzten session gesagt süßweine speziell im bereich der edelsüßen und im bereich der eisweine sind nicht preiswert also vorsicht und hände weg vor billig angeboten ich bin kürzlich einem eiswein in einem discounter markt begegnet und ich habe eine flasche probiert also hände weg zu dem zweiten punkt lagern auch das habe ich angesprochen beim letzten mal süßweine haben ein ungeheures alterungspotenzial mit steigender süße nimmt dieses alterungspotenzial zu insofern muss man sie nicht gleich trinken wenn man sie gekauft hat viele gerade die besseren exemplar gewinnen mit der lagerung und insofern verdienen sie natürlich eine gute lagerung gute lagerung bedeutet nicht dass man sie permanent anschaut und den staub abwicht sondern dass die lagerbedingungen in punkto temperatur luftfeuchtigkeit und lichtverhältnisse optimal sind das bedeutet und das gilt auch nicht nur für die für die rest süßen weine sondern im grunde generell konstante möglichst niedrige lagertemperatur um die zwölf 13 14 grad keine allzu großen temperaturschwankungen zwischen sommer und winter sind durchaus schwankungen erlaubt aber kurzfristige schwankungen tun dem wein nicht gut ebenso starke lichteinwirkungen und genauso gut auch bewegung also lasst die flasche im regal liegen und schaut nicht alle paar nage mal nach ob sie denn noch da ist all das verursacht licht wärme bewegung verursacht chemische prozesse und das bedeutet der wein altert viel schneller als er altern sollte trinktemperatur ein ganz heikles thema in deutschland werden die weißweine generell und das gilt auch für die süßweine noch viel mehr viel zu kalt ausgeschenkt also holt die flasche nicht aus dem kühlschrank und gießt sie euch ein großen teil des trinkgenusses entgeht euch kühle friert den geschmacken großteil der aromatik ein und erlaubt uns sozusagen gar nicht heranzukommen an den kern der schönheit eines weines also ich empfehle bei süßweinen für die fruchtsüßen irgendwas zwischen 10 und und 12 grad celsius für die edelsüßen darüber zwischen 12 und 14 grad celsius und wenn wir weiter noch ein bisschen hochgehen bei die zu den zu den zu den schokosüßen da würde ich sogar noch zwei grad höher gehen also zwischen 14 und 16 grad bei denen allerdings aufpassen weil die schokosüßen haben einen sehr hohen alkoholgehalt und da kann das irgendwann zu viel an wärme bedeuten wärme betont den alkoholgehalt und irgendwann besteht die gefahr dass sozusagen der alkohol uns aus dem glas entgegen geweht kommt und er das fruchtfleisch er das fruchtfleisch verbrennt jetzt haben wir hier ein telefon wie so auch immer überhören 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 wir es also die trinktemperatur ist ganz wichtig und hier nicht vergessen dass die trinktemperatur nicht immer das gleiche bedeutet wie die serviertemperatur bei 22 23 grad celsius im raum es ist ganz wichtig dass man bedenkt dass der sich natürlich im glas erwärmt erwärmt und insofern immer kühler servieren als nachher getrunken wird das gilt auch im sommer auf der terrasse also ein bisschen die umfeldbedingungen bedenken es gibt glaube ich im internet sogar intelligente seiten die dir berechnen wie viele minuten es dauert bis ein wein von kellertemperatur auf serviertemperatur bei welcher umfeldtemperatur denn hochtemperiert ist also fingerspitzengefühl reicht hier meines erachtens allemal auch also den süßwein bitte nicht zu kühl servieren ein großer teil des trinkgenusses entgeht euch gläser spielen natürlich auch eine rolle ich habe hier zum beispiel für diesen madeira ein relativ großes glas gewählt und ich denke weine mit einem wundervollen aroma mit sehr viel ausstrahlung in der nase brauchen natürlich raum um diese ausstrahlung entfalten zu können wichtig ist dass das glas der kamin nach oben hin das kann man hier schön sehen nach oben hin sich verschlankt so ist es sichergestellt dass das aroma den weg in meiner nase findet und nicht hier diesen büroraum beweihräuchert ja das ist das ist das ziel das glas sollte natürlich ungeschliffen unbemalt farblos sein im grunde genommen schlicht aber groß genug damit sich das aroma entfalten kann das macht freude dieses glas hinein zu richten wir haben hier noten die mich an an rosinen erinnern an 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 nüsse an geröstete nüsse traumhaftes aroma und an wein er immerhin zehn jahre lang gelagert wurde bevor er in den handel kam gläser noch ein tipp zum zum glas bevor er die gläser einsetzt rate ich zum abinieren abinieren heißt das glas weinfreundlich machen das bedeutet einen kleinen schluck von dem wein ins glas geben den ihr trinken wollt und dann das glas damit ausspülen ausspülen zum rand hin ein bisschen drehen in alle richtungen und dann diesen kleinen schluck weggießen dann ist das glas sozusagen weinfreundlich wenn es mehrere gläser gilt weinfreundlich zu machen dann könnt ihr diesen diesen schluck in das zweite dritte vierte glas geben und dann bitte ausgießen nicht aus trinken dann ist das glas vorbereitet es ist abiniert weinfreundlich gemacht und freut sich dass es losgehen kann ähm karafieren das ist ein letztes ein letzter hinweis es gibt in der tat einige dieser süßweine speziell wenn wir sie vor ihrer zeit aufmachen ähm dass wir sie dann nicht direkt konsumieren nicht direkt trinken sondern dass wir sie erstmal vielleicht für eine halbe dreiviertel stunde in eine karaffe geben und in dieser karaffe kann sozusagen dieser wein etwas luft holen er kann atmen er kann äh sich entwickeln äh gerade wenn er noch nicht auf dem trinkhöhepunkt ist bedeutet ein wein der 20 25 jahre alt werden kann wird nach sechs sieben jahren geöffnet und dann tut ihm der sauerstoff gut es hilft ihm sozusagen ähm ja wie eine blume am morgen sich zu öffnen äh äh sich zu freuen auf das was da kommt und äh für uns ist es in der tat äh ein großer gewinn wenn wir da ein bisschen äh darauf achten also entwickelt einfach ein bisschen fingerspitzengefühl ähm ähm man kriegt es mit wenn die erwartung beim ersten schluck größer ist als das was der wein im augenblick uns bereit ist zu geben dann kann es sozusagen ratsam sein ihn erstmal für eine gewisse zeit in die karaffe zu geben ihm dort dem sauerstoff auszusetzen und dann zu hoffen dass er aufblüht das mag rund um das äh äh süßweinhandling für heute genügen ich will ähm zum schluss noch auf eine sache aufmerksam machen es wird am ersten und am achten dezember wird es zwei webinare von mir geben ähm ähm ich zeige euch das hier kurz das sind die webinare äh unter dem titel vom greenhorn zum selbstbewussten genießer ich werde hier ähm in knapp 60 minuten sozusagen die wichtigsten dinge rund um den weingenuss ähm erläutern und ähm werde werde dir zeigen welche aspekte für dich und deine liebsten wichtig sind wenn es um weingenuss geht ich habe hier mal die wichtigsten fragen zusammengefasst welche bedingungen für die lagerung von wein sind günstig ich will das also nochmal auch für rotweine für andere weintypen erläutern welche trinktemperatur sind für die unterschiedlichsten weine empfehlenswert ein bisschen differenzierter als heute nur auf die süßweine bezogen wann sollte man wein dekantieren wann sollte man ihn karafieren dekantieren ist nochmal ein ganz anderes thema es geht zwar auch da um das umfüllen in die karaffe aber es ist ein anderer äh hintergrund wieso man es tut ähm die gläserwahl nochmal ein bisschen differenzierter für trockene weißweine für trockene rotweine ähm gibt es einen unterschied zwischen spätburgunder und cabernet sauvignon oder zwischen burgunder und bordeaux was die gläserwahl betrifft ähm gerade in der vorweihnachtszeit wenn es darum geht sich vielleicht auch mit dem ein oder anderen neuen glas auszustatten ähm ein paar hinweise auf was man da achten kann ähm noch ein paar hinweise dann zu anderen accessoires wie korkenzieher äh im aroma und im geschmack ähm ähm einkracht ja winesaver und andere dinge sind an dieser stelle eine wichtige eine wichtige sache ähm 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 und schließlich will ich ein paar weitere hinweise geben wie man seine sensorik und seine verkostungstechnik auf vordermann bringt ähm es nutzt nämlich nichts wenn man das schönste glas ähm im einsatz hat den wein perfekt temperiert serviert aber dann achtlos man dann achtlos an ihm vorbeieilt ohne dass man sich ihm in aller ruhe und ähm genügsamkeit zuwendet und ihn sprechen lässt ihn so sprechen lässt dass man mit ihm ins gespräch kommt ähm darum wird es in diesem webinar geben äh das erste am ersten zwölften und das zweite am achten zwölften wieder abends um 19.30 ich freue mich wenn ihr dabei seid ähm tragt euch ein in die Liste ich gebe nachher noch den Link unter unter das das Video hier auf meiner Facebook-Seite äh der führt direkt zum Anmelde zur Anmelde-Seite ähm kommt zahlreich und ähm erlebt mit mir die Entwicklung vom Greenhorn zum selbstbewussten Genießer habt einen wunderschönen guten Abend und bleibt mir gewogen Wolfgang Staud von Weingenuss erleben Tschüss Ciao 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 Vielen Dank.